Hmm. So. Passend. So. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Final examen! Wir spielen die Half-Time haben und ich bin hier voll mit der Sturm... ...und dann 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 und dann 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 dann... Das ist bei uns, wa? Ja. Das ist alles... Zombies. Ein Avengers-Zombies. Mutierte... Abartige, Unger, Hes, Hvas. höchstartige kubbeln zum finger und nein ich habe keine dinger mehr ja 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 Ah, fuck alter. 15. Ja, 20. Du Funken-Wixer. Wer hätte die ganzen Granaten geworfen, du oder ich? Los. Ah, nee, ich muss das jetzt nicht... Nee! Halt's Maul! Nein, warte, warte, das machen wir auch noch nicht. Wir gehen erstmal jetzt gemütlich zurück und kontrollieren alles. Okay, das muss, das muss. Jetzt können wir nämlich auch aus den unteren Bereichen hier mal... Obwohl, hier waren wir schon überall, oder? Ich meine auch. Ja, okay, dann lohnt sich das nicht. Also, ich bin hier, sobald ich alles sehen konnte, abgegangen. Ja, das war das auch. Wo kommen die denn alle her? Auch von draußen. Was denn? Ich hab grad' nicht geschlagen. Du musst bei manchen Blasen aufpassen. Manche Blasen können, glaube ich, explodieren oder schießen. Irgendwas war da. Was? Und manche musst du sogar kaputt machen. Darf man da nicht durchlaufen? Kannst ja mal ausprobieren, aber solltest du, glaube ich, lassen. Da, die Blasen kaputt machen. Die erstellen, glaube ich, immer an diese Viecher. Sie schiebt weiter. Sie schiebt weiter. Oh, da geht's nach unten. Guck mal, da ist auch so eine hässliche Blase. Ja. Lass uns hier runter. Geht's da runter? Oder wo ist das? Ja. 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 Ich hab hier kurz die andere Blase kaputt gemacht. Bevor die noch mehr an den Eisgern zu erstellen. Hast du die Dose geholt? Ne. Hab ich nur nur. Da. Absehen. Und eine Granate. Ich schiebe. Gehübel ab. Ich geh richtig ab. Wann soll ich kommen? Als erstes ne Balutgrätsche. Balutgrätsche? Ne Balutgrätsche. Ne Balutgrätsche. Ballye. Balut. Ballye und der. Baluu und seine tolle grüne kobe. Baldu. Okay. Wir müssen das Dinger selbst geben wollen. weil der fettarste Ja, nicht gelenklich genug ist. Warum komm ich hier nicht hoch? Ah, schon besser. Hoch und tief. Genau, ich drück B. Was hast du jetzt kaputt gemacht? So'n Ding. Oh, guck mal. BAM! Vernichtet. Da steh ich auch! Er ist so ein Trottel. Warum geht der dann dahin? Sonst lässt er sich auch rumtragen, rumfahren. Oh Gott! Damn! Oh! Auf! Boah, das ist übel mies. Boah, das ist übel mies. Übelst gebrutzelt. Boah, der ganze Schleim ist weg. Hä? Raus, 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 raus! Ha, ha, ha! No risk no fun, man! Ha, ha, ha! Das war knapp. Es war ein Stück mehr als knapp. Nö, 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 nö. Ah, er ist nach oben. Jetzt noch mal. Da hast du. Jetzt haben wir schon sechs von sieben, ne? Jop. Sehr gut. Ich hoffe, wir haben nicht eine verpasst. Nee. Dieser Levelabschnitt hat ja jetzt erst angefangen. Da muss noch einer sein. Das sah geil aus. Danke. Ich gehe erstmal unten gucken und dann... Ach, hier. Sieben von sieben. Hier unten. Was? Sieht mir jetzt lustig aus. Du stehst manchmal noch an einem Ort. Hä? Äh, regulierst trotzdem wie willst du an. Alle kriegen Schaden und ich frage mich, hä? Oh, nö. 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 Ich will immer mit der... Mit Leerpasta hauen. Ich weiß, was du meinst. Ich will auch immer ganz fett mit R2 hauen. Und schießen will ich immer mit 3, ey. Oh, nö. Oh, nö. Die restlichen Hunde, die können sich gar nicht an deinen Kopf jetzt beißen. Ja, weiß ich. Ich will es beißen. Sie sind ja fast wie dumme Jockeys. Trinkhisschen. Bitteschön. Oh, wie viel hast du? 2 Reifen. Oh, man. Das kann nicht angehen. Ich hatte diesmal 25 und hab mir gedacht, jetzt hast du es geschafft. Jetzt hast du es geschafft. Am Arsch. Ach, geschafft. Ja? Schon fertig. Das ging irgendwie schneller als das letzte, ne? Hä? Was? Wir haben eine Waffe übersehen. Waffen gefunden von 2. Ja? Den Molly. Den hab ich aufgehoben. Ich hab den auch immer aufgehoben. Doch. Doch, hab ich. Und die Magnum hab ich. Stimmt, die Magnum hab ich nicht genommen. Egal. Hol ich ein anderes Mal. Brauch ich ja eh nicht. Joa. So. Schulkinder in Not ist das nächste. Oh. Das muss ich auch gleich regulieren, oder? Erstmal skillen. Erstmal skillen und trinken. Das muss ich auch gleich erstmal kniften. Das muss ich auch noch mal kennen. Ist der ist der? Punkte zum skillen. Was ist das? Bim bam bum. Schnappt ein Monster und klaget es mehrfach auf den Boden. Wie geil. Das ist geil. Jedes Mal ein großer Spaß steht da. Okay, was ist das? Oh, Panzerbrechende Kugeln. Auf jeden Fall. Das kostet 2 Punkte. Medikit. Plus 50%. Mehr Gesundheit. 25? Plus 50. Ich habe jetzt erst einmal 25%. Jaja, das haben wir von Standard. Ich bin am überlegen, ob ich das neue skille. Du bist etwas rummelig. Das ist natürlich auch geil, ne? Zorn. Oder ich nehme Explosiv Kugeln. Ja, das wäre natürlich eine Liga. Aber das ist halt nur eine Fähigkeit, ne? Das ist nichts. Wacht schon schade. Wenn ich mal Explosiv. Das ist das dritte. Blutbart. Oh Mann. Das klingt gut. Ja. Ich mache erst einmal Zorn mache ich jetzt noch und Medikit für 50% weil ich ja genug Punkte hatte. Ja. So. Jetzt die Fähigkeiten habe ich ein bekommen. Sprengstoff. Äh. Präzision. Spann durch Feuerwaffen. Prass. Okay. 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 I'm ready. With you. Moment. Ich muss mir einmal eben Chips in den Mund rücken. Oh. Gut in den Mund sein. Moment. Jetzt habe ich Ruhe. Ja, ja. Lass dir noch Zeit. Moment. Jetzt muss ich noch eben stuhlen. Nein. Ich bin bereit. Du bist bereit. Das ist schön. Ich bin auch bereit. Aber wir haben noch sechs Minuten dann ist die Folge vorbei und ich sage ich bin einfach mal ein Assi und mache die Folge ein Stück kürzer und sage ja Tschüss bis zum nächsten Mal oder bis später oder bis gleich oder whatever. Dann hätte ich mich in den Essen gar nicht so beeilen müssen. Bist fast dran erstickt, wa? Ich habe mir voll die Wege gehabt und ich habe euch genau in der Brunnen Jo, dann bis zu später. Tschüss. 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 Tschüss.